Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir befinden uns derzeit im Stadtzentrum und müssen dorthin zu dem Turm, das ist das Rathaus. Hier runter geht es höchstwahrscheinlich nicht, da es so hoch ist, also suchen wir einen anderen Weg. Gut, hier kommen wir entlang. Gut, hier geht es nicht runter. So, hier befindet sich noch eine Schublade. Nix drin. Dann gehen wir weiter. Was ist denn das? Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Den hat es ordentlich zerlegt. Gut. Geht es hier weiter? Nee, hier geht es nicht weiter. Okay, dann gehen wir in die nächste Etage. Munition. Perfekt, Munition. Wir haben jetzt fünf Schuss. Oh. Oh Mann. Ja. Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So ordnen wir dich. Okay. Jetzt gibt es also Klicker. Mist. Wie war es drin? Oh, eine Schere. Eine Schere. Da können wir doch bald die Sachen verbinden. Klinge, Band. Ein neues Messer. Noch ein Messer. Gut, drei Messer. Schere, Klinge, Klee, Band. Gut, hier gibt es nichts mehr zu holen. Hilf mir hier mal. Ach, du Scheiße. Das sind also die Klicker. Gut. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Gut, heilen kann ich mich nicht. Es gibt gleich noch irgendetwas. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Oh Mann. Okay, hier hoch. Mal sehen, ob es da weitergeht. Okay. Okay, das kleine Mädchen zuerst. Los, komm. So, irgendwas zu holen. Oh, hier noch eine Schublade. Komm, große. Gut, nichts drin. Ja. Wart, ich komm. So. Scheiße. Boah, die Kücher sehen aus. So, gut, wir wissen, die Klicker, die können nicht sehen. Also könnt ihr uns bloß durch, durch Hören finden. Also nicht mehr versuchen, ganz leise zu sein. Und mit fünf Schuss kommen wir ja ähnlich weit. Das ist mein Gerüst. Da können wir raus, über das Gerüst. Ah, perfekt. Das ist mein Gerüst. Ah, okay, das war hoch. Wo steht er nicht auf? Ach, jetzt. Gut. Den Klicker haben wir überlistet. Jetzt geht's weiter. So, hier runter geht nicht. Hier runter geht's nicht. Dann los. Ach doch, gut, hier runter geht's. Okay. Moment. Bitte, die Damen. Okay. Komm. Komm. Gut, hier gibt's nix. Verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Was, bitte? Los, komm. Wow, wow, wow. Nicht, dass das Teil abstürzt. So, jetzt langsam. Langsam an der Wand entlang. Oh je. So, schnell wieder rein. Oh, hier. Ein Kantholz. Da können wir jetzt gleich schön die Klicker vermöbeln. Oh, hier. Oh, eine neue Wache. Sehr schön. Revolver. Okay, ja, das wissen wir. Gut, zwei Waffen besitzen wir bis jetzt. Ich steh mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Das klingt ja grausam. Was machen die für Geräusche? Gut, hier oben gibt's nix zu holen. Dann lass uns runter gehen. Oh. Ich glaub, das ist kein Klicker. Oder? Ich weiß es nicht. Komm her. Komm. Okay. Der ist ausgeschalten. Aber ich glaub, das sind keine Klicker. Ich glaub, das sind ganz normale Zombies. Das sind Klicker. Was hat er hier? Mission. Hoffentlich hört er mich nicht. Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Fuck. Okay, er hat mich gehört. Okay, machen wir erstmal Licht aus. Und auf zum zweiten Versuch. Der erste hat ja nicht so gut geklappt. Da schleichen wir uns erstmal an den hier ran. Und bringen den um mit dem Messer. Gut, der ist tot. Ich frage es nur, wo müssen wir hin? Wir können ja nicht alle umbringen. Das geht ja nicht. Das sind ja viel zu viele. So, die beiden sind dort oben. Okay, jetzt drüben. Dort. Und im Raum hier drin. Da ist keiner drin. So, jetzt kommt wieder einer. So, er geht rein. Gut, der ist erledigt. So, da. Es sind noch drei. Es sind noch drei. Einer läuft dort. Einer steht da. Gut. Hoffentlich sieht er mich nicht. Hoffentlich sieht er mich nicht. Perfekt. 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 So, jetzt sind es noch. Noch einer da. Noch einer. Nein, es sind zwei. Okay. Gut, wir haben kein Messer mehr. Okay, wir können aber eins bauen. Gut. Wo kommt der jetzt hier rüber? Da ist er. Komm, komm, komm. So, der ist erledigt. Jetzt kommt der letzte. Komm. Du bist auch dran. Los, komm, komm. Und, und. Perfekt. Geschafft. Ihr könnt kommen. Perfekt. Lass erst mal eine Emotionen einsammeln. Gut, zu essen. Verschwinden wir von hier. Neues Kantholz. Und, da ist hier irgendwas drin. Eine Flasche. Okay. Hier ging es, glaube ich, noch eine zweite Etage. Ja, hier ging es noch hoch. Auf eine zweite Etage. So, was gibt es hier? Okay. Aber wo? Wo muss er hin? Ach. Alles klar. Ich mach bloß die Tür frei. Okay. Okay, ich mach das los. Zieh richtig los. Hier. Das ist okay. Ah, okay. So machen die das. Okay. Lacken irgendwas rum. Oh, Munition. Gut, dann lasst uns weiter gehen. Hier können wir durch. Vorsichtig. Geht's hier weiter? Nein, hier geht's nicht weiter. Dann geht's hier vorne weiter. Oder? Ne, hier auch nicht. Hier? Okay, der ist doch hier weiter. Ja, alles klar. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagst doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ekelhaft. Ich glaub das erst, wenn ich's sehe. Gut, dann müssen wir hier hoch. Oh. Ach. Ach, ne. Und hier sind wir doch... Ne, sind wir von hier gekommen? Ne. Hier geht's weiter. So. Hier lang. Was gibt's hier zu finden? Was ist denn das? Kleebandische Jahre. Können wir uns ja wieder... Ne, geht noch nicht. Können jetzt noch kein neues Messer bauen. Was ist das? Was ist denn das? Das ist ja geil. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebte zum Treffpunkt. Das ist ja geil. Ne, ne. Das ist ja geil. Ne. 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 gestorben. Zum Glück ist das bloß ein Spiel. Ich bin gespannt, wie es morgen weiter geht. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich schon auf morgen. Haut rein Leute. Ciao.